Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Parkkarte für Besucherinnen und Besucher In diesem Video erhalten Sie Informationen zur Parkkarte für Besucherinnen und Besucher der Stadt Bern. Sie besuchen die Stadt Bern mit Ihrem Fahrzeug? Dann können Sie eine Parkkarte für Besucherinnen und Besucher lösen. Die Parkkarte gilt für 4 oder 24 Stunden. Die Parkkarte gilt in allen Parkzonen mit Parkscheibenpflicht. Wo können Sie die Besucherparkkarte kaufen? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, Ticketautomat Bernmobil. Sie können die Parkkarte an allen Bernmobilautomaten in der Stadt Bern lösen. Bitte beachten Sie, an einem Automaten ausserhalb der Stadt erhalten Sie keine Besucherparkkarte der Stadt Bern. Zweitens, Online. Sie können die Besucherparkkarte online mit dem Webformular Parkkarte für 4 oder 24 Stunden kaufen und ausdrucken. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Brauchen Sie Unterstützung beim Ausfüllen des Formulars? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Sie finden die Telefonnummer in der Box «Zuständige Stelle» neben oder unter diesen Videos. 3. Am Schalter oder Polizeiposten. Sie können die Parkkarte beim Polizeiinspektorat der Stadt Bern, bei der Kantonspolizeiwache Bümplitz, der Kantonspolizeiwache Ostring oder der Kantonspolizeiwache Neufeld erhalten. Sie finden die Adressen und Öffnungszeiten unter diesen Videos.